jo servus leute hier mal wieder raffi back am start mit einem neuen video heute mal wieder in aller frisch in pokemon go es war eine längere zeit ruhe mit dem spiel hat jetzt mal wieder lust drauf gehabt aber auch ein paar richtig korrekte leute kennengelernt in meiner gegend mit denen ich jetzt auch ab und zu mal raide oder auch mal verschiedene days aus nutzer deswegen mache ich das video jetzt ein bisschen verspätet vielleicht kennt der ein oder andere die methode bereits ich habe mir gedacht trotzdem für die leute die noch in deutschsprachigen suchen der es auch noch mal erklärt alles wo man auch nicht sicher ist dass das wirklich aktuell ist weil manche haben es ja schon vor zwei monaten hochgeladen habe ich mich mal hingesetzt macht das ganze jetzt mal für euch und erkläre ich erst mal wie war es was verriesgenden bringt das mit sich und so weiter zu beginn erst mal zeige ich euch mal meine eier ich habe aktuell nur ein eilgrad an das ist ein ein kilometer ist jetzt derzeit halbiert was ich natürlich super mit der methode die ich euch jetzt zeigen werde verbindet weil die methode bewirkt dass ihr kilometer fahren könnt afk also ihr könnt jetzt einfach keine ahnung beim film heute abend guckt heute abend den film und können einfach dabei die app anschmeißen die ich euch nachher zeige und damit einfach kilometer sammeln die stunde ihr könnt natürlich auch eine halbe stunde wie ihr wollt empfehlenswert ist immer über mehrere stunden weil es sich damit am meisten lohnt dann zeige ich euch mal mal ein kumpel pokémon das hat er auch nur 0,3 weil ihr könnt nämlich sowohl kumpel bonbons als auch eier breiten und das parallel da ich mal auf einstellung was das mal wichtig ist ihr habt abenteuer synchro das müsst ihr später an machen ich hatte immer gezeigt in einstellungen werden wir später auch noch mal zurückgreifen als könnte erstmal schließen und jetzt fangen erstmal mit dem ganzen an ich werde schon mal nebenbei ein bisschen laufen lassen dass ich euch auch zeigen kann dass es wirklich kilometer sammelt in dem zeitraum jetzt mal später sagen die erste app die wir benötigen das ist google fit ihr könnt natürlich auch eine andere fitness app nutzen ich persönlich habe samsung und 9.1 android oder 9.0 da funktioniert es für mich persönlich am besten gibt natürlich auch andere fitness apps die könnt ihr auch benutzen wichtig ist nur dass die euren fortschritt verfolgt was die kilometer betrifft dass die übernommen werden können pokémon go weil pokémon go ist daraus aufgelegt dass er die kilometer von dem stand von der fitness app nutzt das heißt wenn google fit sagt ihr habt 50 kilometer gelaufen dann werden 50 übernommen wenn ihr steht 10 kilometer werden 10 kilometer übernommen und deswegen braucht er eine fitness app zu beginnen google fit empfiehlt sich hier ist kostenfrei kann jeder nutzen habe ich bis jetzt nur gute erfahrungen gemacht und ich werde auch in diesem video nur mit google fit zeigen so danach gebe ich euch mal die auswahl ihr habt nämlich zwei verschiedene könnt einmal die app pokémon runterladen ich persönlich mag sie nicht aber ich habe sie von freunden schon empfohlen bekommen die meinen die ist sehr sehr gut könnt ihr runterladen funktioniert genau gleich der als hier runter und befolgt dann alle schritte so wie ich mit anderen app machte das hier mit ich persönlich kann es aber nicht empfehlen ich finde die fit besser werde auch nachher noch genau zeigen warum so diese app hier diese app bewirkt dass sie es rufen also arzt rufen könnte in pokémon go bei der verfläche gps immer fünf meter nach vorne fünf meter zurück und somit seid ihr dauernd in bewegung laut pokémon go so habt ihr alle saal heruntergeladen dann geht ihr erstmal auf google fit auf google fit meldet ihr euch mit der e mail adresse an die auch in pokémon go angegeben habt zum beispiel ihr habt jetzt pokémon go 123 habt ihr die e mail bei pokémon go dann müsst ihr diese e mail übernehmen wir können keine andere nehmen weil die werden über das profil übertragen ich habe es noch nicht ausprobiert ob es anders auch geht aber ich kann euch empfehlen nimmt die gleiche e mail so wenn ihr das getan habt dann ladet ihr die app runter meldet euch hier an und geht dann in pokémon go in pokémon go geht ihr dann auf die einstellung mit abenteuer synchro aktivieren wie ich vorhin schon gezeigt habe werde ich gleich noch mal darauf eingehen und klickt auf verbinden dann seid ihr mit google fit verbunden dann geht ihr ganz normal auf google fit rein dann könnt ihr unter profil schon mal reinschauen geht hier oben auf einstellungen auf verbunden apps verwalten und dann seht ihr hier schon ok pokémon go schon mal drin wenn irgendwelche probleme gehen wenn es nicht funktioniert wenn irgendein haken bei euch ist könnt ihr gerne euch in den kommentaren melden dann kann ich euch probieren nochmal weiter zu helfen oder auf meinem disco server den ich nochmal verlinken werde aber ihr könnt auch hier auf verbindung aufheben und könnt das ganze grad von vorne wieder machen und dann benötigt ihr die zwei der defit die habe ich ja auch euch bereits gesagt mit defit wenn ihr die runtergeladen habt das geht natürlich auch mit pokémon funktioniert genau gleich ihr meldet euch auch wieder mit der e mail adresse an die ihr nutzt ich zum beispiel habe ja jetzt hier raffi macht ihm drei die e mail genommen also wo auch mein pokémon go darüber läuft dann doch durch damit ein bestätigt das ganze und dann könnt ihr euch hier unten videos ankommen 250 minuten läuft die app dann in der geschwindigkeit wie ihr wollt ihr könnt ihr selbstständig regulieren müsst ihr euch einfach eine videoanzeige angucken die kostet 30 sekunden zeit ihr könnt ihr auch sogar nebenbei laufen lassen die werbung dann macht einfach mit zurück einfach die weg und wenn die unter 60 minuten laufen ist dann könnt ihr wieder gratis 60 minuten auftanken ohne ein video zu gucken ich würde euch empfehlen macht euch die 720 minuten voll zu beginn nutzt die soweit ihr wollt und dann mache ich zum beispiel so ich gehe vorm schlafen gehen nochmal kurz rein aktiviert das ganze nochmal dass ich über die nacht bonbons farme aktuell habe ich erstmal unten verhalten menschlich denn stabil bedeutet übermenschlich beziehungsweise fahrrad auto und so weiter das sind alles so hohe geschwindigkeiten dass pokémon go das gar nicht annehmen kann also menschlich dann geschwindigkeit bis 10,4 zählt laut meinem stand pokémon go mit ich habe jetzt immer auf 9,3 gespielt ich habe jetzt auf 10,3 erhöht das ist ein kilometer mehr die stunde was dann wiederum zum beispiel bei marie hornjohr drei bonbons in drei stunden mehr sind ne ein bonbon in drei stunden mehr ist oben steht letzte synchro oben das heißt es schaut es aktualisiert alle 5 bis 15 minuten und überträgt die meter die es gemacht hat in dem zeitraum in eure fitness app und somit in pokémon go das heißt ihr könnt immer oben sehen okay wann hat das das letzte mal aktualisiert empfehlenswert ist wenn ich jetzt zum beispiel sich für jetzt ein pomeroo 45 dann warte ich halt ein zwei minuten bis dann steht letzte synchro oben und dann muss es die uhrzeit sein die auch oben links oben steht damit ihr auch alle medien bekommen weil sonst verschenkt ihr vielleicht 200 meter die ihr einfach mitnehmen könnt aber ja nicht die minute gewartet habt wenn ihr damit verbunden seid könnt ihr das auch wieder mit google fit auf einstellungen auf verbunden apps verwalten nachgucken seht ihr ja d fit verbindung aufheben so danach wenn ihr das gemacht habt und ihr dann pokémon go mit synchro mit google fit verbunden habt und d fit oder pokémon runtergeladen habt und auch mit google fit verbunden habt dann seid ihr jetzt soweit dass ihr jetzt sag ich mal eure kilometer farben könnt könnt auch oben runter ziehen und könnt ihr einfach auf synchro stoppen das geht auch ganz entspannt so mache ich das zu meinem teil könnt dann auch noch mal in google fit reingehen wenn ihr möchtet dann seht ihr okay es hat sich jetzt auch aktualisiert und dann geht ihr an pomeroo rein und jetzt bekommt ihr die meter die es in dem zeitraum gelaufen ist an bei mir werden es jetzt natürlich keine 100 kilometer sein bei mir werden es jetzt vielleicht 200 300 meter gewesen sein und umso höher ihr geht mit der geschwindigkeit umso besser also über 10,3 würde ich nicht gehen weil es gibt noch 10,4 aber das nimmt sich nicht viel wie ihr seht mein ei schon geschlüpft in dem zeitraum auf 10,3 stunden die äh 10,3 kilometer die stunde solltet ihr immer im schnitt 6 bis 7 minuten brauchen für ein ei es gibt 760 stern staub es gibt ganz gute pokémon wir können ja mal gucken wie ihr seht hier gibt es auch richtig gute pokémon zack eingebietet dann können wir natürlich auch auf ein partner pokémon gehen es hat ja am anfang 0,3 und es hat genau 1,3 jetzt und das einfach in dem zeitraum wo ich euch jetzt das erklärt habe wie das überhaupt funktioniert so weiter zum thema jetzt geht könnt ihr auf einstellungen dort müsst ihr dann abenteuer synchro anmachen und weiter unten kumpel bonus müsst ihr auch machen weil kumpel bonus bewirkt dass euer partner pokémon auch bonbons sammelt wenn ihr das ausmacht dann sammelt der für euch keine bonbons so weiter kann man dafür gebannt werden aktuell ist auf reddit noch kein user dafür gebannt worden dass er defit benutzt weil es über drittanbieter apps geht und pokémon go kann ja nicht sehen ob der defit tracker richtig oder falsch ist das können ja nicht überprüfen die übernehmen einfach die werte ich persönlich würde sagen nutzt das solange es geht irgendwann wird es weg sein und ihr kommt außerdem drei verwarnungen die erste verwarnung ist in pokémon go ihr seid suspendiert sozusagen oder kommt einen ban der betrifft sieben tage ihr bekommt keine seltenen pokémon mehr zu sehen das heißt wenn jetzt vor mir sagt jo ruffy oder lukas da ist ein dragoran das dragoran seht ihr nicht in den sieben tagen nach den sieben tagen verschwindet das ganze wieder ihr könnt ganz normal in x-rays wieder eingeladen werden ihr könnt ganz normal wieder die ganzen seltenen pokémon finden und fangen angezeigt bekommen dann gibt es ein 30 tage bahn bei der zweiten verwarnung dort ist dann so ihr könnt ein monat lang euch zum pokémon go einloggen aber wenn ihr im spiel drin sagt kommt oben rechts eine meldung steht ihr seid für so und so viele tage noch suspendiert auf deutsch gesagt ihr könnt 30 tage lang kein pokémon go spielen und wenn ihr dann immer noch sagt jo ist mir egal ich mache trotzdem noch weiter egal ob es rufen oder sonst was dann bekommt ihr einen pämmer bahn und das bedeutet euer account ist gesperrt ihr könnt eine beschwerde anreichen könnt sagen stimmt nicht ich habe da was anders ich habe da keine ahnung was genutzt also wenn ich natürlich nicht schreiben müsste ja dann einreichen warum was da das problem ist warum ihr vielleicht unschuldig gebannt wurde ich übernehme natürlich keine haftung für das ganze aber aus meiner erfahrung ihr seht ja kann allein schon mal gucken 22 kilometer bin ich jetzt allein schon hier mitgelaufen und auch mit den kilometern ich laufe jede woche zum geschnitt mehrere hundert kilometer und bis jetzt habe ich nicht eine einzige meldung probleme oder dergleichen bekommen abgesehen davon dass ich die ganze Zeit wollen auch schon meine pokémon bekommen womit man die halt richtig krank hoch boosten kann und stern job gibt es natürlich auch super so das war es dazu wenn ihr noch fragen habt einfach in die kommentare wenn ihr bock habt zu traden weil ich habe nämlich auch mein tablet geroutet und somit kann ich auch spufen wenn ihr dazu mein video sehen wollt da kann ich nämlich dann auch mit euch traten also wenn einer von euch sagt ja komm ich hätte mal lust zu traden einfach just for fun einfach mich anschreiben auf youtube oder auf discord dann könnte man da auch mal sagen dass ich dann dort mich hinspoofe dass wir dann tauschen können wenn da jemand mal bock drauf hat und zu guter letzt noch hat jemand lust auf eine pomo go verlosung also ich werde ein pomo go account dann hochspielen mit einem regionalen pokémon und werde einfach den verschenken an irgendeinen abonnent wenn ihr bock drauf habt ich würde sagen bei 400 abonnenten machen wir das ganze sind 50 abos wenn das passiert ist wenn wir die 400 abonnenten bekommen haben weil es okay ihr bock darauf legt das video teilt es mit euren freunden und dann werde ich ein pokémon go account verlosen mit regionalen uns mit allen regionalen uns die es aktuell gibt ich werde von jedem ein zwei stück fangen und werde den dann einfach an zuschauer verlosen ich hoffe euch hat das video gefallen ich hoffe es hat euch weitergeholfen viel spaß beim nachmachen und haut rein